Freitag ist bei Software-Architektur im Stream Dirk Mahler zu Gast. Willkommen Dirk. Magst du etwas sagen über dich? Hallo Ebert, ich bin Consultant bei der Buschmas GDR in Dresden und einer der Entwickler oder der Lead-Entwickler hinter JQ Assistant mit dem Werkzeug, um das es, glaube ich, gehen soll. Genau, und was ist JQ Assistant? Was mache ich damit? JQ Assistant ist ein Werkzeug zur Softwareanalyse, Softwarevalidierung und Dokumentation. Sehr mächtig, sehr flexibel, mit vielen Zeitüberraschungen. Genau, und wir werden uns das Freitag anschauen. Wir freuen uns auf eure Fragen, eure Diskussionen und natürlich gibt es auch eine Live-Demo von JQ Assistant. Bis Freitag. Vielen Dank. Bis dahin.